so der schloss knacker andy ist mal wieder hier und ich habe die tür auch bekommen und damit herzlich willkommen gott baren ich nehme sie mal mit da hängt eine kette juwelien als 380 die wird also noch was granat stein okay ja damit herzlich willkommen hier zu einer weiteren folge von skyrim ich bin immer noch auf der suche entweder nach dem mond teil wenn es noch eins geben sollte oder halt auch was anderes okay dass jemand und noch jemand sind zwei der andere hat kälte schaden ob sie da moment ich spreche mal kurz so so kann ja kommen wir machen euch mal feuer und im art hier ja 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 der markt buch da war noch einer lass mich mal kurz ein bisschen heilen ich bin noch nicht so weit auch noch so viel und wir kommen nicht weiter ein mächtiger gaga ja ja ich mal oh gott kann man kurz helfen lalala lalala wir hätten ja mal eben ja wieso sind denn da noch zwei wieso hier so nix komm mit da war noch eine große kist liebe ich gern haben so oh backe da darf man auch nicht rein treten oder das ist ziemlich kalt so ja naja der ist aber ziemlich schnell mensch äh nö lass mal ähm moment 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 ja ist auch gut jetzt oh ich kann mich kaum bewegen war der warte warte dieses eis das geht an so ein war wo man dije zugemacht wo es guck das ist gut einer weniger ich nehme mal funken jetzt hier kommen wir lassen das jetzt mal richtig funken ein gargoyle sind in mir her du kannst aber mit da reinkommen kleine okay das ist so aufregend ich brauche ein stück münzschokolade mit irgendwelchen crispy kraft war groß bei drinnen so kleine stück nur das ist jetzt 0 uhr 34 heute ist der sechste zehnte und noch mal so gesagt haben so okay aber ich habe vorher ja eigentlich ganz gut erhöht hier so wird wieder gesprächert dann 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 es ist heiß hier aber langsam runter so ich bin mal wieder weg er kann man hier rauskommen naja will er nicht wenn wir diese teile hätten müssten wir nicht länger in diesem lieblichen ort aus haben ja ja ich nach dem fehlenden teilen um selbst in diesem chaos sollten sie einem auffallen ich weiß ja aber ich habe da noch einen dicken gargoyle was würde der denn sagen wenn ich ihn mit meinen zweihänder angreife wo bist du was hat der hier ein riesiger gargäuil wo bist du ach da bist du komm her komm okay da geht meine aufdauer drauf 3 m er kann doch mal herkommen nase juckt also da drunter für die tüte 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 okay feuer ich kann ihn umpusten ja gibt mir so ein bisschen zeit hmm ja 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 das war ein harter kampf hallo jetzt kann ich nicht mehr an ihn ran hier moment wieso hat er kriege ich von ihnen wenn er da drin ist oder moment der müsste doch vielleicht auch was haben so mächtig wie der ist so brenne brenne du kackfee ja versuch nur mal ab zu hauen ich kann ja hier einsperren das kommt von draußen rein mit 120 ein rubin 200 silber er hat nur das machen ja gut ja 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 was für ein gegner so dann dass man hier die truhe öffnen feile nur ein gott stück nur ein paar stiefel für 200 und sowas ok und der wird nicht lebendig genau hier war ja noch diese kiste experte 8 uhr heiliger mutter war da mal experte ist aber schwer das ist nur sechs gottes ich fange mal hier an ich habe mich gar nicht bewegt 61 jetzt habe ich noch 60 ich krieg das hier nicht bewegt bei experte bewegt er sich hier oben ok ja noch ein stück würde ich mal sagen dann noch ein stück auf die schraube dazu ach das ging doch ok ein zwergen schild pfeile 43 gold und eine rolle gut hätte noch etwas anderes wertvolles sein können vielleicht ein mondteil aber gut hat sich auf jeden fall gelohnt so und hier drin ist dann jetzt nichts mehr das war es also dann hier drin ja ich mache hier nochmal die tür auf kann man mal von oben gucken gut war ja mal das auch noch eine tür ok dann gehe ich mal hier ganz nah ran ganz nah vielleicht so ok jetzt muss ich nochmal gucken welcher welcher spruch war das denn war das war das ein frei ne sturmruf war das nicht der werbelwind sprint war das genau so 321 jo locker hilfenhelm der magiker ok 400 donnerweller und 104 jawoll jetzt hat sie das richtig gelohnt hier drin so wollte ich das haben ok na dann schön und dieser spruch geht auch ganz schnell weg ja so gandalf oder wie der typ der heißt in ordnung dann mache ich mal wieder dann mache ich mal wieder dann mache ich mal wieder unerbittliche macht genau und auf der anderen seite heilung so da da guti das heißt wenn ich jetzt zwei sachen habe was habe ich da mal gucken objekte ich nehme mal an vielleicht hier unten bei sonstiges oder bei schlüssel so so das waren ja noch die anderen teile halbmond ja links oder rechts das ist die frage und dann haben wir noch den hier hier ist ein halbmond und dann kommt ja abgebrochen da würde ich mal sagen kann ja kein hinsetzen weil hier nichts aufläutet da auch nicht aber hier läuft etwas auf hier nicht hier läuft jetzt auch nichts auf nein auch nicht aber hier läuft jetzt wieder etwas auf ok und hier läuft jetzt noch etwas auf genau von dem genau hin zeigen das heißt das geht automatisch ok hier da 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 gut das teil fehlt zwei habe ich Okay. So, Moment, von dieser langen, wieso wird jetzt mir da die Tür angezeigt, also die Ecke da, die lange Spitze zeige ich jetzt nach rechts, das heißt, von dem rechts, also einer, 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 zeige ich auch trotzdem nach rechts, einer noch? Moment, wo zeigt er jetzt hin, was? Ach nee, das ist ja hier, wenn man da steht, denkt man, es lag dir da hinten auf. Alles klar. Ähm. Ja, ich suche ja noch. Du kannst ja mal mitsuchen, du faule Muschi, du. So. Ich suche schon hier jede Ecke ab, wenn hier noch ein Teil fehlt. Oder es könnte auch auf dem Baum was hängen muss. Könnte natürlich auch auf dem Baum was sein. Und ich müsste das dann mit einem Pfeil runterschießen. Kann ja auch sein. Wenn ich einmal ganz umdrehe, scheint aber nicht so zu sein. Hier im Blumenkasten ist auch nix. Im Osten war ich schon. Nein. Hm. Der ist aber echt gut versteckt. Das eine Teil. Wo soll das denn noch sein? Äh. Nordturm. Ich bin der Meinung, was? Ach so, hängen muss. Ich glaube, dass ich in jedem Turm und so drinne war. Nord, Ost und so. Ähm. Habe ich hier oben von geguckt? Hm. Alter. Wo ist das Teil denn? Hm. Tiefer geht's ja nicht. Das ist ja das Komische. Hänge muss, hänge muss, hänge muss. Und starke Grat. Starke Grat. Und im Turm ist es auch nix. Hm. Auch nicht. In der kaputten Vase, auch nicht. Hier hinter, auch nicht. Ja, wo ist denn das letzte Teil? Hm. Ja, mei. Wo mag das wohl sein? Hm. Hm. Wahnsinn, ey. Wie schwer ist denn das Versteck? Zwei habe ich gut gefunden. Wo ist denn jetzt das dritte hier? Alter, wo ist das denn? Pfff. Hm. Wenn wir diese Teile hätten, müssten wir nicht länger in diesem lieblichen Ort ausharren. Aber wo ist denn noch so ein Teil? Sag doch doch. Wenn wir diese Teile hätten, müssten wir nicht länger in diesem lieblichen Ort ausharren. Hm. Sieht euch nach den fehlenden Teilen um. Selbst in diesem Chaos sollten sie einem auffallen. Ja toll. Sollten. Aber wo denn? Ich habe doch hier schon alles durch. Ich habe keine. Wenn wir diese Teile hätten, müssten wir nicht mehr in diesem lieblichen Ort ausharren. Ich habe keine Ahnung, wo das andere Teil sein soll. Hm. Das ist echt eine gute Frage. Wo ist das? Ich habe keine Ahnung. Die Dinger hier, nee. Wo könnte das denn sein? Sag mal. Nee. Boah, Alter. Wo soll das sein, ey? Auf der Suche nach dem Mondteil. Wo ist das denn? Keine Ahnung. Wo fehlt denn noch eins? Also. Hallo. Heftig. Hier sehe ich auch nichts mehr. Blasenpilz. Puff. Hm. Und sonst? Vielleicht Pilze einsammeln und so was. Vielleicht sieht man da noch irgendwas. Da, 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 da. Hier. Zack, nein. Unter den Pilzen was versteckt ist. Auch nicht. Nee. Das ist seltsam. Ich habe keine Ahnung. Wo was ist. Hm. Hm. Keine Ahnung. Ich finde das letzte Teil nicht. Okay. Hm-hm. Hier ist nix. Das ist echt merkwürdig. Wo soll denn hier noch ein Teils sein? Ich seh nix mehr, Mensch. Juhu. Schleichen verbessert. Das gibt's nicht. Ich hab alle Ecken durch. Unten und oben. Und ich find nix mehr, ey. Das gibt's doch gar nicht. Dass das nicht zu finden ist. Hoppala. Keine Ahnung. Ich geh mal hier oben lang. Aber hier geht's auch nicht weiter. Wo könnte das denn sein? So ne Spitze? Nö. Die sehen ja alle so spitz aus. Da kann ich nix runterfeuern. Ich hab keine Ahnung. Na gut, ich muss aufhören. Ich find das nicht, ey. Ich hab keine Ahnung. Ich hab hier unten alles paar Mal durchgesucht. Ich hab die Treppen oben abgesucht. Weiter geht's nicht. Ich komm' nicht weiter. Naja. Dann muss ich das lassen. Gut. Ich hab unten abgesucht. Ich hab hinten hinter die Steine geguckt. Ich hab oben geguckt. Wobei hab ich geguckt, ey. Naja. Was soll's. Dann hör ich auf. Kann auch wieder noch in Ruhe allein hier so zu sagen. Ich muss aber... Irgendwann, ob ich ein Blutzen machen. Können Bäume abfackeln, aber... Bringt ja auch nix. Tja. Dann weiß ich auch nicht. Und die hilft ja auch nicht, die alte Mensch. Hm. Tja. Ich hab keine Ahnung. Und das rechte Teil fehlt. Oh Leute. Nur das eine auch. Na gut. 35 Minuten. Mehr finde ich jetzt nicht. Dann mach's gut. Und dann... Bis zum nächsten Mal. Bye, bye. Bye.